Hi Hunters, was geht der Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja heute starten wir mal ein Experiment und zwar was erreicht man im FIFA 23 auf einem neuen FIFA Account auf einer RTG im August. Er ist komplett neu der Account, ich habe ihn gestern erstellt. Grüße geht raus an Julius der das auch schon gemacht hat, dass er das mit Geld macht. Sein Kanal wird auch unten verlinkt, könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen und die 500k vollmachen. Ja, heute werden wir komplett neu rein starten. Wir werden wahrscheinlich heute einen Draft bauen und dann die ersten zwei Spiele machen und die anderen zwei Spiele dann im nächsten. Video. Ich gehe mit dem Ultimate Team ran, ist komplett neu, ist komplett neu, das Ultimate Team. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, auch die ganzen Livestreamsets bei mir werden jetzt auch über den Account gehen, aber ihr könnt ja mal so schreiben, wie ich heißen soll in FIFA und meinem Team. So, wir gehen mit. Ein Tinien. Ich hoffe, die Kamerapose ist eigentlich relativ gut. Ja, ich... Ja, ja, okay. Ja, es ist wie immer. Wie immer. Und wir gehen mal aufs RM. Weil da ist ein Jura. Okay, warte mal, wir gehen mal nach hier unten. Weil dann könnt ihr nämlich sehen, was wir so haben. Nämlich knapp hier mit. Das Rating. So. Muss ich Galatasaray nehmen. Ja, komm mit dem Galatasaray-Trikot heim. Und auswärts. Weiß, sehr gut. Weiß vom FC Bayern München. Und als Wappen nehmen wir Inter Mailand. Das riecht geil. Ja. Soweit so. Mal gucken, ob wir die zwei Packs haben. Ah, sie haben ja zwei Packs im Weg. Ähm, shop im Weg. Okay, Freunde, ich weiß, wo wir hinrutschen. Ich weiß, wo wir hinrutschen. Kein Mensch. Okay. Wir erzählen uns hier oben. Packs haben nicht geladen. Dann gehen wir nochmal raus, nochmal rein. Und dann müssen eigentlich die zwei Packs da sein. Hoffentlich. Sonst wird nämlich kein kompletter Plan jetzt. Durcheinander. Da sehen wir das Foodies nochmal. Das Foodies-Event. Habe ich auch schon drei Stück gezogen. Ne. Drei Stück. Aus dem letzten und aus dem diesjährigen. Jetzt hat man ja die Zahl nicht gesehen, es da ist. Egal. So, das sind unsere zwei Shop-Packs. Fuck. Einmal ein einzelnes Draft-Token. Und das hier. Machen wir erstmal das Draft-Token. Weil da ist noch ein Draft-Token drin. So. So ein Draft-Bone. Sag mal, was ist jetzt gerade los mit meinen Augen? So, dann gehen wir ins Viertelfinal-Landes-Pack. Ist eh nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Argentinien, ZDV. Romero passt ins Team. Mega gut. Und Remines. Also Romero und Remines. Merken wir uns. Die können den ins Team. Gold-Packs. Vorschau-Pack. Wer ist ein Torres? Stabil. Aber kostet nichts mehr. Er kostet nichts mehr. Okay, wir mal den Verein. Dass ich die zwei Jungs nicht vergessen tue. Dass ich die zwei Jungs nicht vergessen tue. Hä? Ja, ja, ja. So schlimm auf einen neuen Account zu gehen. Alles, was nicht Argentinien ist. Wort. Junge. Was sind die eigentlich auf der Reserve? Hilfe. Dann. Romero. Und Remines. Atletico. War, glaube ich, schlecht für Rating. So, hier passiert halt nichts. So, rüber. Und da auch. Das Team müssen wir wirklich, 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 wirklich ganz dringend verbessern. Ich weiß nur nicht, wie. Ah, vier Ziele. Das machen wir alles dann offscreen. Das werde ich dann. Ja. Einzelspielerdraft, wenn wir nehmen. Draft Token. Halb Profi immer. Und was kriegen wir für Formationen? Die 3, 4, 2, 1. Ja, 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 ja. Die nehmen wir die 3, 4, 2, 1. Äh, bläh. Ja. Komm. Komm an. Da ist Ronaldinho. Sollen wir den Off-Camp spielen? Nehmen wir ein paar Paar mit. Oh, Mann. Der wäre gut gewesen. Roberto Firmino. Premier League. Und da ist der Eikon Eusebio L.M. Gabriel Martinelli. Entschuldigung. Ja, ähm. Na, warte. Das ist englische Zweite Liga. Dann gehen wir in die Itali. Dann gehen wir in die Bundesliga. Z.M. Joel Linton. Linker Z.M. Luis Figo. Dann. O'Romits. Ui. Gomez. und um die ja schuld dann sind die privileg spieler so weit durch schon mal gut ramsdale 91er bewertung am aktuell für rating ich glaube da macht er ja minus nämlich mit rating jota rating von junger ev bremer da glaube ich ja jetzt rm und iv höchstes rating ms 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 letzte position ev merkt es was da kriegt man nicht mehr raus bringt mir gar nichts will ich ganz große klasse hier wirklich meine bank mal fertig da könnt ihr auch noch mal mitgucken 10 minuten am aufnehmen da haben wir jetzt noch nichts produktives gemacht ich muss jetzt ein kleidwegen schleunigen hier noch rüber manager abgeholt auch manager abgeholt bundesliga wer gut deutscher so schlimm so das werdet ihr jetzt auch mitmachen wie ich hier training mache ist eigentlich nicht so schlimm aber dann werde ich einen cut machen und dann erst zur halbzeit euch mal wieder halbzeit stand waren die letzten noch so da würde ich sagen dann sehen wir uns in der halbzeit also da sind wir wieder acht null zur halbzeit normal ja damit es jetzt nicht zu lang geht werde ich jetzt einfach mal spielen und wir sehen uns dann wenn das spiel wieder fertig ist so wir sind fertig mit dem ersten spiel und wie gesagt gehen wir direkt rein ins zweite game und dann können wir noch was anderes machen in der zeit also würde ich sagen sehen wir uns in der halbzeit wieder so dann so 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 Vielen Dank. 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 Alles fertig. Okay. Okay, 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 okay. Und bei den Grundlagen halt alles. Grundlegendes, aber ich würde sagen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wenn ich alles wieder ab, wenn ich alles wieder ab, nicht mal ein... mit, okay, okay, let's number two, okay, 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 no, okay. Vielen Dank. So, ich habe mich jetzt gerade entschieden, dass wir das alles über die Web App abholen, weil sonst dauert das viel zu lang. Wir werden jetzt hier die Grundlage 1 SPC noch machen. Über, oder über. Das ist häufig. Ja, der ist im Team. Der auch. Der aber nicht. Ja. Team ist abgegeben. Dann. Spieler. Auch eins. Da, bei den Torhütern. Okay, unseren Argentinischen. Auch in Norwegen. Ich werde jetzt ungern den hier nehmen, weil der in unserem Team ist. Dann nehme ich den mit. Und ein Torwart mit. Sind zwar beide im Team, aber egal. Super EA. Dass man rausgeworfen wird. Wenn man zwei Spieler im Team hat und die abgeben will, fliegt man einfach raus. See you. Wir lieben's alle. Lionel Messi tot. Ich wollte mal ziehen. Von hier an all over. All Said. All over Iran. uli. Pocken wir den rein einfach. Und wieder plus 3, Chemie. Vor 3, 3, 10, es war immer mehr. Es war immer mehr. So weg mit den. 2. Liegen. Jetzt muss ich aufpassen. Liegen. Liegen. Warum wir uns jetzt hier, glaube ich, Spieler kaufen müssen. Die erländische Liga. Mal gucken, was ich alles auf dieser Position habe. Aber ich glaube... Ja. Okay, wir müssen uns alle 3 Spieler kaufen. Liegen. Gehen wir in die MLS. Gehen wir in die MLS. Liga. MLS. MLS. Da MLS. MLS. Da sind wir noch 200 Menschen. Das ist ein Problem. MLS. 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 wie keiner das video heute mit genauer wünschen sogar ich will die ganzen sachen ab über die web dann auf screen halt dann sehen wir uns dann in der nächsten folge lassen oder und ja 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 ja